Jack Ma, Chinas berühmtester Kapitalist und Mitgründer der E-Commerce-Plattform Alibaba, kündigt zu seinem 55. Geburtstag seinen Rückzug an, wird aber noch bis zum Ablauf seiner Amtszeit 2020 Vorsitzender des Vorstandes bleiben. Nachfolger an der Spitze des an der Börse mit 460 Milliarden Dollar bewerteten Unternehmens sind CEO Daniel Zhang und Chief Financial Officer Maggie Wu. Alibaba steht gut da, der Umsatz soll um 36 Prozent auf 72 Milliarden US-Dollar steigen. Untertitelung des ZDF, 2020